Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Observer. Fortfahren. Wir wollen wissen was hier Sache ist. Wir wollen aus... Moment mal, das kennen wir doch. Hallo? Das ist doch von unserem Sohn. Das ist die Wohnung von unserem Sohn, mein... wieder dieses... Arschloch! Das ist doch... So, was ist das alles? Was ist das alles, genau? Es ist wahrscheinlich besser, wenn du nicht wissen. Genau. Es ist nicht alles, was es? Wie ein Virus, oder... was eine Weapon-Karte-Karte? Nein, nichts so. Okay. Ach, muss ich jetzt dem hier ausweichen, oder weh? Äh, komm! Das ist scheiße! Wir bleiben mal schön im Gestrüpp. Huaaah! Wuhuah! Wo ist das Teil? Es wird nicht besser in dem Spiel Scheiße Da lang Scheiße, ernsthaft? Wenn ich renne, müssten die mich ja eigentlich sehen! Oh Gott des Willen! Oh Gott! Oh, geschafft! Da ist der Lichtstrahl. Ja, gut. Ich darf nicht ins Licht kommen. Den habe ich gar nie gesehen. So, jetzt ist hier der Spaß. Jetzt fliegen die da hinten rum. Warum fliegen die so weit außerhalb? Merkwürdige Teile. Oh nein, jetzt kommt dieses Teil, oder? Soll ich das hinkriegen? Das dreht auch schon wieder. Schnell, schnell, schnell. Soll ich das hinkriegen? 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 Boah, was bin ich denn jetzt aus dem Albtraum raus, bitteschön. Nein. Du bist paranoid, keiner ist mit dir. Du wirst nicht. Every time I go in there it's like they're all watching. Yesterday this executive creep gave me this look, like... I could just tell, he knew. If they knew, we'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know, to get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me. It comes with the corporation long enough. Wee, taucht ja dieses riesen Vieh off. Ey, ich dreh durch. Juh��, gangsta OPO. Thanks a lot of trash. Time to go online. See, schedule an an hour long enough. Mal evening. What is? Hey Duh. Das ist nicht so. Es tut mir leid, wenn es zu laut ist. Ey, das ist eine Scheiße! Ich bin der Kontrolle, ich bin der Kontrolle. Oh, das war gerade richtig laut. Es tut mir leid. Es tut mir leid für die Lautstärke. Ich versuche es runterzubehäkeln. Drei, sechs, eins, fünf. Ich bin der Kontrolle. Ich bin der Kontrolle. Ich bin der Kontrolle. Drei, sechs, eins, fünf. Drei, sechs, eins, fünf. Oh. Okay. So. Wie es weitergeht, abfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gut fit. Genießt den Tag. Bye, bye. Bye. Untertitelung. BR 2018